Ich ziehe aus jeder Kollektion Inspiration, also das ist für mich ein Werkzeug. Ich nehme halt jedes Mal Bausteine aus dieser Kollektion auf und versuche sie halt auch ein bisschen in den Alltag mit zu transformieren. Sebastian ist für Friseure, die sich als Künstler verstehen und die Haare schneiden können. Jede Kundin, die jetzt jahrelang zu mir kommt, sagt ja auch manchmal irgendwann im Gespräch so, du bist ein Künstler und ich finde Haare schneiden ist auch ein bisschen Kunst. Es ist so ein Moment festhalten. Die wollen ja nicht immer geschnitten aussehen, sondern die wollen einfach sexy aussehen.